Hallo und herzlich willkommen zu Hallo Fokus. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute ein neuer Unternehmer-Talk mal wieder mit dem Steffen Kessler. Hallo Steffen, grüß dich. Hallo Lars, grüß dich auch. Schön, dass du da bist. Heute ein spannendes Thema. Spannendes Thema, nämlich das Warum oder Why oder Purpose oder so. Was auch immer das sein soll. Da werden wir uns heute nämlich drüber unterhalten, was das erstmal ist. Das ist ja heute in jedem Munde. Das Why, das Warum, Purpose, Zweck, Mission. Was ist das eigentlich? Da werden wir uns drüber unterhalten mit dem Steffen. Dann werden wir darüber sprechen, warum man so ein Why braucht. Wir werden darüber sprechen, wie man das findet und wie man sich auf den Weg machen kann, es zu finden auf jeden Fall. Und wir sprechen darüber, ja Steffen, was dein Why ist. Ich freue mich drauf. Bin schon sehr gespannt. Genau, genau. Du hast ja eine ganz interessante Geschichte mir eben erzählt, wie du darauf gekommen bist, dein Warum zu finden. Mal ganz kurz, du warst in Afrika mit deiner Frau. Erzähl mal die Geschichte mit dem ICE, die finde ich super. Ja, ich versuche es kurz zu fassen. Also wir waren zweimal in Afrika und haben uns dort unter die Leute gemischt. Und das wortwörtlich, also kein Hotelurlaub, sondern wirklich unter die Leute gemischt. Am Alltag der Leute in Lehmhütten über Feuer gekocht und so weiter teilgenommen und ganz viele super positive Erfahrungen gemacht. Also wirklich ganz herzlich mit super herzlichen Menschen. Und dann auf dem Weg zurück, dann im Flieger gesessen und dann von Frankfurt im ICE nach Köln gefahren. Und dort ein blitzig, blank geputzter, polierter Zug mit 300 Sachen, hochmodern, sitzt man da und guckt dann in die Gesichter der Menschen. So ging es mir, so habe ich es empfunden. Wo ich gedacht habe, alter Schwede, wir kommen gerade aus einer Ecke mit Lehmhütte und Feuer und allem und so offenen, glücklichen, tollen Menschen, wie ich es empfunden habe. Und komme hier rein und gucke in die Gesichter der Menschen und denke mir, eigentlich müssten wir doch so, wie wir leben, noch viel mehr strahlen als da unten in Afrika, in Kenia. Und das war eigentlich so der Ursprung 2011, wo ich für mich gefragt habe, was heißt das eigentlich in meinem Leben oder was mache ich jetzt mit diesem Gefühl? Ja genau, was machst du mit dem Gefühl, dass die Menschen, die in ärmlichen Verhältnissen für uns ja leben, die kein fließendes Wasser haben, kein Strom, keine Elektrizität und keine Gesundheitsvorsorge und keine Schulbildung häufig auch, teilweise glücklicher sind oder einen glücklicheren Eindruck haben als wir hier, die ja im Luxus leben. Was hat das mit dem Warum zu tun, diese Geschichte? Naja, weil genau durch dieses Kontrastgefühl, also vielleicht angemerkt, in Afrika läuft mit Sicherheit nichts alles toll und sind auch nicht permanent glücklich. Den Eindruck möchte ich nicht hinterlassen. Aber ich habe ein Kontrastgefühl erlebt in der Situation und dieses Kontrastgefühl habe ich mitgenommen und habe mir ganz viele Fragen gestellt. Erste Frage, wo gehörst du eigentlich hin? Gehörst du hier in das Deutschland mit den ICEs? Ich wollte damals noch unbedingt so einen BMW, SUV gerne fahren, das war so mein Bild. Also man muss dazu sagen, ich war da 26, 27 in der Ecke oder 25. Und da habe ich mich gefragt, so ein Ziel, nennen wir es mal Ziel, ist das wirklich, macht das Sinn oder gehörst du vielleicht da unten? Willst du nicht viel mehr mit diesen Menschen leben und arbeiten und etwas tun oder wo gehörst du eigentlich hin? Und auch in Bezug auf meinen Job, was ich beruflich mache, bist du da in der richtigen Wirtschaft, also die Franchise-Wirtschaft, da geht es ja schon irgendwo auch ums Geld verdienen. Sich selbstständig machen, Geld verdienen und so weiter. Und auch da habe ich mir die Frage gestellt, ist das die Ecke, wo du aktiv sein möchtest? Zumal ich mich für Kenia dann derzeit noch mit Benefizveranstaltungen engagiert hatte und sowas. Das heißt, ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich mein Leben nicht solchen Themen dann eher widmen sollte, vielleicht sogar Entwicklungshilfe oder, oder, oder. Und das sind so Fragen und die habe ich lang mit mir rumgetragen und wusste überhaupt nicht, dass es so etwas gibt wie Zweck der Existenz, warum oder so. Es war erstmal nur eine Art irgendwas zwischen Unzufriedenheit, Unsicherheit und Neugier, aber schon auch so ein Gefühl von irgendwas ist noch nicht so ganz richtig. Also ich bin, entweder bin ich am falschen Platz oder ich habe etwas nicht ganz so entschieden, wie es für ein für mich persönlich gutes Leben richtig sein sollte. Aber mehr als dieses Gefühl konnte ich damals nicht greifen. Und ich glaube, das geht ja vielen so. Also das kann ich von mir beobachten, also bei mir in der Vergangenheit sehen, das kann ich bei meinen Kindern sehen, das kann ich bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern sehen, mit denen ich so zu tun habe, dass ich ja dieses innere Gefühl, ist das eigentlich richtig, was ich tue? Ist das das, was ich, ja ist das dieser Zweck, warum ich eigentlich hier bin? Ist das sinnvoll, was ich gerade mache? Ich glaube auch, das begleitet uns ein Leben lang. Also auch wenn wir irgendeine Art von Why gefunden haben und wir bestimmte Sachen starten, werden wir immer wieder uns fragen, war das jetzt die richtige Entscheidung? Habe ich mir jetzt was ans Bein gebunden oder bin ich gerade im richtigen Film? Obwohl wir ein Why haben, also das erlöst uns von all dem nicht zu 100 Prozent, aber es gibt uns immer wieder die Sicherheit, glaube ich, nachzukorrigieren und einen Ankerpunkt, diese Entscheidung zu hinterfragen. Also nicht einfach nur unzufrieden zu sein oder unsicher in der Situation, sondern einen Moment, nee, ich habe mir mal intensiv Gedanken gemacht, das ist mein Why. Wie weit bin ich denn jetzt gerade Why-konform und kommt vielleicht die Unsicherheit daraus, dass ich dem ein bisschen untreu geworden bin, weil die Chance gerade irgendwie da war? Oder vielleicht ist es ja auch, du hast auch nicht dein Why gefunden. Vielleicht bist du auf dem Weg und denkst erstmal, du hast vielleicht so eine Zwischenstation erreicht. Das muss sowieso ja reifen, ne, über die Zeit, da kommen wir bestimmt noch zu. Genau, ja, das geht nicht von jetzt auf gleich, glaube ich auch nicht. Jetzt war also dieser Kontrast zwischen den, ich sag mal, lebensfrohen Afrikanern auf der einen und dann eher den missmütigen Deutschen im ICA auf der anderen Seite. Ja, jetzt hat das, das war so ein Auslöser, wo du dich dann damit beschäftigt hast. Bevor wir dann jetzt reingehen, was du da genau gemacht hast und wie du das auch gefunden hast und wie wir auch Beispiele geben können für persönliche Warums, aber auch Warum oder Why für Firmen. Lass uns das mal auflösen, was ist das überhaupt? Was ist ein Warum? Ja, also ich glaube, es gibt einige, die das deutlich besser erklären können, zum Beispiel Simon Sinek und John Strielecki und ähnliche, die für mich die ersten Impulse in die Richtung waren über ihre Bücher. Ich würde es mal so formulieren, das Why ist etwas, was dir ganz viel Energie gibt, weil du weißt, warum bist du auf dieser Erde. Du ein Gefühl dafür kriegst, okay, das ist so eine Art meiner Aufgabe hier und wenn ich dann zu einem Zeitpunkt X sterben werde, habe ich die Chance, wenn ich mich daran orientiere, dass das, was ich mir da erarbeitet habe, dass ich dann wirklich zufrieden die Welt verlasse. Da gibt es ja dieses Bild, was soll auf deinem Grabstein stehen und so weiter. Und ich glaube, das umschreibt es ein bisschen. Vielleicht hast du eine bessere Definition auf Lager, die wirklich als Definition greifbar ist. Für mich ist es tatsächlich, wofür möchte ich versuchen, so viel Zeit in meinem Leben die Energie reinzusetzen, auch meine eigene Motivation, meinen Antrieb damit zu füttern, dass ich das, was ich tue, im Rückspiegel sagen kann, ja, ich hatte Spaß, ich habe irgendwie einen für mich wichtigen Hebel bewegt und habe meine Zeit hier auf der Welt nicht komplett nutzlos verbracht. Ich habe irgendeine Art von Nutzen, Mehrwert und das muss nicht zwingend nur so sozial für andere sein, sondern ein Sinn, so eine Art Sinn im Leben. Ja, das beschreibt es ganz gut. Ich habe mir etwas rausgesucht, das ist jetzt auch nicht von mir und ich habe das eher so auch aufs Unternehmen bezogen. Wobei für Unternehmerinnen und Unternehmer ist es ja auch schwer, da eine Trennung zu finden. Das gehört irgendwie zusammen. Das gehört zusammen, sehe ich auch so. Man kann nicht sagen, das Unternehmen macht das und ich habe das als Warum oder Why oder Zweck, sondern das ist schon ein Unterschied. Also ich habe hier zwei schöne Beschreibungen gefunden, die würde ich jetzt einfach auch mal vorlesen, weil in eigenen Worten kann ich die garantiert nicht so gut wiedergeben. Ein Purpose, also Purpose ist ja Why, ist ja der Zweck, beschreibt, warum eine Organisation existiert oder eine Persönlichkeit. Er definiert, wofür sie steht und inwieweit einen nachhaltig positiven Beitrag zum wertschöpfenden Miteinander von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt leistet. Das ist jetzt sehr akademisch ausgedrückt, aber da kriegt man schon mal einen Eindruck. Ein bisschen auf den Punkt gebracht fand ich, das hier Purpose ist der Grund, warum das Unternehmen nicht nur materiell und wirtschaftlich, sondern auch emotional und spirituell existiert. Und das ist ja auch, das kann man ja vom Unternehmen auch auf die Person beziehen, dass es ja auch das ist, warum wir existieren. Und das kann man sich ja auch fragen, was ist das eigene Warum? Wir sollten da nochmal abgrenzen. Ich glaube, das ist jetzt jedem klar. Also die Sinnhaftigkeit, welchen Sinn macht es, welche guten, positiven Fußabdruck hinterlasse ich als Person oder hinterlässt mein Unternehmen? Und vielleicht ganz wichtig, um da reinzugehen, nicht moralisch. Das ist nicht irgendwie so eine Art moralischer Sinn. Wir müssen jetzt alle in soziales, ehrenamtliches oder sonst was Engagement reingehen, sondern es ist schon sehr individuell. Aber ein Why besteht, würde ich sagen, niemals aus, damit ich genug Geld verdiene. Weil selbst da stellt man sich die Frage, warum denn das Geld verdienen? Was machst du damit? Was ist denn der Zweck von dem Ganzen, was du da tust? Deswegen, es ist mehr als nur Geld verdienen oder ähnliches auf dieser Ebene. Aber es ist nicht moralisch. Genau. Und Geld, das kann dabei rauskommen. Und das kann auch durchaus immer dabei rauskommen als Unternehmen. So muss man ja Geld verdienen. Ich sage, Geld ist ja immer wie Benzin. Wir brauchen es. Ohne das würde es nicht funktionieren. Aber es ist ja nicht der Zweck. Ein Auto hat ja nicht den Zweck, Benzin zu verbrennen. Das ist ja nicht der Zweck eines Autos, sondern um es von A nach B zu bringen. Oder heutzutage mit Stromern ist das dann, keine Ahnung, der Akku, die Ladung, was weiß ich was. Aber ich vergleiche das mit Benzin. Das ist das Geld, aber das ist nie der Sinn. Das darf man nicht da verwechseln. Begriff, ich glaube, ist klar, was Zweck, was der Purpose, Sinn ist. Und vielleicht sollten wir mal auch eine Begriffsdefinition machen, dass wir dann auch nochmal ganz klar das abgrenzen. Also das Warum, ist das Why, ist der Zweck, ist die Mission, ist Purpose. Das ist alles dasselbe. Ich finde John Strzelecki ganz nett. Zweck der Existenz. Zweck der Existenz. Also welchen Zweck hat deine Existenz oder die Existenz des Unternehmens? Warum existierst du? Das Warum. Zunächst sagt, frag immer erst warum. Start with why. Das ist das Gleiche. Manche nennen es Mission, ist mir ein bisschen zu militärisch. Ich nenne es in meinen Workshops, in meinem Business Cockpit Workshop, heißt es Zweck. Das ist einfach, genau wie Strzelecki sagt, Zweck der Existenz. Ich nenne es den Zweck des Unternehmens. Ist ein deutsches Wort, da kann sich jeder irgendwie andocken. Ist auch nicht so nah an Vision. Mission und Vision sind sehr nah aneinander, weil Vision ist ja was ganz anderes. Da gucken wir in die Zukunft und malen uns ein Bild von der Zukunft, wie es ausschauen wird. Genau, das ist das Zielbild, was wir haben. Und das wird oft verwechselt. Vision ist das Zielbild, wo wir irgendwann mal vielleicht hinkommen möchten. Wir haben eine Vision, das ist unser Zielbild, da arbeiten wir drauf hin. Aber das hat nichts mit der Mission, also mit dem Zweck zu tun. Man kann ja fragen, warum willst du dieses Zielbild erreichen? Und die Antwort darauf, die könnte vielleicht der Zweck sein. Genau, genau. Und dann gibt es ja noch das Wie, das ist die Strategie sozusagen. Wie komme ich jetzt, indem ich meinen Zweck, meinen Warum erfülle, zu dieser Vision? Also das ist so, kann man das mal abgegrenzt. Also es gibt Vision, das Zielbild und der Zweck, das Warum, das ist das, warum wir existieren. Warum es unsere Firma oder unsere Unternehmen gibt. Okay, haben wir das mal geklärt. Was ist denn jetzt dein Warum? Oder jetzt gehen wir mal die Geschichte weiter. Also du bist dann da hingekommen, hast eine Unzufriedenheit gemerkt, hast so eine Unsicherheit. Ist das überhaupt das, was ich machen will? Ich meine, du kommst ja aus dem, du hast ja beim letzten Unternehmer-Talk erzählt, wie du die Firma von deinen Eltern übernommen hast oder wie du die gerade übernimmst. Ihr seid ja noch im Übernahmeprozess. Und das ist natürlich auch was, wo man dann, wenn man dann solche Erfahrungen macht und ich kenne dich als nachdenklicher, aber auf jeden Fall hinterfragender Mensch, der offen ist und interessiert ist. Da fragt man sich das ja wirklich. Es wird einem so in die Wiege gelegt, in den Schoß gelegt sozusagen. Hier hast du es, mehr oder minder. Und dahinter fragt man das natürlich. Man muss dazu sagen, das ist auch ein Zufallsergebnis gewesen, dass ich in diesem Unternehmen bin und wieder an der Nachfolge arbeite. Ich war schon längst abgebogen in die Fitness- und Sport-Ecke. Also mit einem Sportstudium, Fitnesstrainer-Ausbildung in allen Variationen und so weiter. Ich war also dorthin abgebogen, habe dann im Fitnessbereich während des Studiums einen Online-Shop mich selbstständig gemacht mit. Und bin so in die Online-Ecke durch ein Stipendium für ein Online-Marketing-Studium in die Online-Ecke gekommen. Es war ein berufsbegleitendes Studium als Stipendium und mir fehlte der Beruf zum berufsbegleitenden Studium. Und so bin ich in das Unternehmen meiner Eltern reingerutscht, weil es ein Online-Unternehmen ist, dass ich das Gelernte anwenden sollte. Also es war zu dem Zeitpunkt, von dem wir gerade sprechen mit Kenia und Co., war das für mich eine Zwischenstation. Das war ein im Bereich Online unterwegs sein und dann irgendwann wieder in die Sport-Ecke zurückgehen. So und dann kam ich zurück und ja, es ist tatsächlich so, dass ich da nicht wusste, wo gehöre ich eigentlich hin. Und in den Folgejahren kristallisierte sich heraus, dass ich möglicherweise in dem Unternehmen einfach bleiben würde. Ich habe noch ein drittes Studium dann gemacht, auch berufsbegleitend. Da war das auch wieder sehr dankbar, Innovation Management im MBA, dass ich das, was ich im Innovation Management lerne, als Innovation vorantreiben im eigenen Unternehmen der Eltern, das hat ganz gut gepasst. Und da war dann auch das Thema der Geschäftsführung, das dann tatsächlich 2013 dann auch kam, kam dann so langsam auf, dass mir bewusst wurde, okay, kann sein, dass ich meinen Pfad verlasse in die Richtung. Und parallel dazu 2009, 2011, diese Kenia-Reisen und dann auch so diese, wo gehöre ich eigentlich hin, was ist denn eigentlich wichtig? Das spielt da mit rein in diese, ist das jetzt richtig, hier die Geschäftsführung zu übernehmen? Es ist eine Chance, ich kann sofort ins Unternehmertum rein. Das hat mich gelockt. Ich muss nicht erstmal irgendwelche Karriereleitern hoch oder ähnliches, sondern ich kann ein laufendes System mich reinbegeben und muss auch nicht diese Gründungsphase, die ich von meinen Eltern schon kannte und die echt schwierig war, die muss ich nicht nochmal erleben in dem Sinne. Und das waren die Sachen, die mich dahin gelockt haben, während ich gleichzeitig aber natürlich die Bedenken hatte, ist diese Franchise-Wirtschaft die richtige Ecke, wo ich eigentlich arbeiten möchte, wenn ich doch vorher beispielsweise im Sportkontext, also im Freizeitkontext und so unterwegs war. Das sind ja auch ganz andere Menschen, ganz andere Gespräche, die ich führe und so. Und in dieser Gemengelage habe ich dann einfach orientierungslos mir Fragen gestellt und eine gewisse Unzufriedenheit dann auch geäußert, auch im Familienkreis. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auf Dauer hier mein richtiger Ort ist. Und habe keine Antworten gefunden. Wirklich lange, bis 2015. Also in Summe würde ich sagen mal gute vier Jahre, natürlich mit auf und ab, mit sehr präsent, mit wenig präsent. Das war jetzt kein Dauerbrenner. Aber immer mit einer gewissen Unzufriedenheit, die in dir war. Erst recht, wenn es dann holperig wurde, wenn irgendwelche Widerstände aufkamen, irgendwelche Schwierigkeiten, gerade im unternehmerischen Kontext. Dann natürlich am liebsten fortlaufen, fallen lassen, sagen, bist eh nicht in der richtigen Ecke und ich mache was anderes. Das ist so der erste Impuls. Und da kamen dann diese Gedanken auf. Und dann habe ich den Tipp gekriegt, A, lies mal die Vier-Stunden-Woche. Das ist ein Buch, wo es eher so um, ich sage mal, zeitunabhängiges Arbeiten, dass man nicht Zeit gegen Geld tauscht und sowas. Timothy Ferris. Genau, Tim Ferris. Wo so ein gewisses Mindset transportiert wird. War mein erstes Buch in diese Richtung, Buch 15. Und zweite Empfehlung am gleichen Abend war dann von John Strielecki, das Big Five Vollein. Und da habe ich dann angedockt. Da habe ich gedacht, alter Schwede. Also was der da beschreibt, worum geht es im Leben? Mit all den Beispielen in dieser Geschichte. Von der Dame, Vornamen, Empfang im Unternehmen, die, wie war das, die Spezialistin für den ersten Eindruck oder so ähnlich wird sie genannt. Und worum geht es ihr? Naja, sie ist eine Oma, die für ihr Enkel da ist, weil die Mama von dem Enkel verstorben ist oder irgendwas in der Richtung. Also da habe ich gemerkt, okay, durch die Historie, durch die Geschichten der Leute, dann kommst du dran. Also kannst auch du irgendwie da dran kommen. Und habe angefangen, über ein Trello-Board meine Gedanken reinzuschreiben und Ähnliches. Und sortiert und geguckt, was macht mir Spaß, was ist mir wichtig. Und ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie ich dahin kam. Dass irgendwann ein Buchtitel, der irgendwie Glück teilen beinhaltete, dass das mit mir in Resonanz gegangen ist. Obwohl der Inhalt des Buches jetzt gar nicht so gigantisch war. Ich fand den Titel so stark. Und ja, da irgendwie habe ich gedacht, Glück teilen. Moment, du hast ja wahnsinnig viel Glück im Leben. Du hast keine Bomben, die dir auf den Kopf fallen. Du bist in einer sehr intakten Familie groß geworden. Du kannst lernen, dir fiel das Lernen immer leicht. Du lernst auch permanent weiter, weil du Spaß dran hast. Das ist doch, das ist etwas, das ist nicht jedem gegeben. Das habe ich auch in Afrika ja gesehen. Und dafür kannst du sehr dankbar sein. Und dieses Glück zu teilen, da ist Energie drin. Aber das war ja auch nur eine Zwischenstation. Ja, genau. Glück teilen war dann so, wo du dachtest, das könnte es sein. Und dann ging es ja noch weiter. Genau, dann ging es in Richtung Zufriedenheit fördern. Ich habe gemerkt, wenn ich Glück teilen, zum Beispiel in Gesprächen, was ich gelernt habe aus dem Sportkontext, ich jemanden weitergebe und der dann sagt, oh, das war ein interessanter Gedanke oder danke für den Tipp. Und ich gemerkt habe, da ist Energie entstanden zwischen uns. Oh, das ist cool. Der wird ja zufriedener. Und ich habe gemerkt, wie ich zufriedener werde, wenn ich auch die, man kann es auch so sagen, auch die Anerkennung dafür gekriegt habe. Die Dankbarkeit ist eine Form von Anerkennung für mich gewesen. Das war ein Motivator oder ist auch immer noch ein Motivator. Und da habe ich gemerkt, okay, wir werden beide zufriedener, nur weil ich mein Glück geteilt habe. Glück teilen ist jetzt einfach meine Wortwahl. Das ist einfach nur für andere etwas tun, mich in die Situation der Menschen hineinversetzen oder auch die Benefizveranstaltung, die ich da gemacht habe, wo wir dann Tausende von Euro für Ärzte ohne Grenzen nach Kenia. Das war damals noch ein starker Teil von Glück teilen, weil ich überlegt habe, ob ich in die Entwicklungshilfe oder irgendwo in diese Richtung vielleicht eher reingehöre. Und was ist jetzt endgültig oder endgültig ja noch nicht, aber was hast du jetzt zur Zeit? Es ist weiter gereift. Es ist weiterhin dieses Glück teilen. Es heißt nicht mehr Glück teilen, Zufriedenheit fördern, wie ich es eine Weile da hatte, sondern Glück teilen für ein zufriedenes Wir. Und dieses Wir steht so für die Gesellschaft mit der Idee, wenn jeder, mit welchen Orten auch immer er das sagt, eine Art Glück, sein Glück teilt, selbst die, die viel Pech im Leben haben, haben irgendwo eine Stelle, wo sie bestimmt noch etwas Glück teilen können, dann werden wir alle etwas zufriedener. Ich als Gebender und der andere als Empfangender. Und das ist auch für das Franchise-Portal? Das ist ein Teil des Franchise-Portal, ja. Im Franchise-Portal haben wir die, also unser Unternehmen, haben wir die Besonderheit, dass wir eine Familie sind, von meinen Eltern übernommen, mein Bruder ist mit drin. Das heißt, wir haben da wirklich Werte, also Values auf Englisch, weil das nicht so moralisch ist, und Purpose, der Zweck, haben wir uns erarbeitet, indem wir in unsere Geschichte reingegangen sind und gesagt haben, warum haben wir im Leben welche Entscheidungen getroffen? Der erste Hint, der erste Spoiler zu, wie kommt man da hin? Und da haben wir gemeinsame Nenner gefunden. Warum ist mein Vater selbstständig geworden? Warum Franchise? Warum hat er die oder die Versuche gemacht vorher, die nicht gefunktet haben oder funktioniert haben? Und genauso unsere Geschichte. Auch warum Kenia? Und warum diese Empfindung nach Kenia? Da hat man dann eine Überschrift gefunden, das ist eben, dass jeder das Recht hat, sein Leben selbst zu gestalten, also das Recht und die Freiheit, sein Leben selbst zu gestalten, und wir das für uns auch in Anspruch nehmen. Wir wollen frei sein, frei entscheiden können, keinen, der über uns bestimmt. Und dann haben wir dazu Values dekliniert, die zum Beispiel, steht da, Impulse geben und Glück teilen. Das sind zwei von fünf Values. Die anderen, da gehe ich mit, die sind aber weniger mit mir, verbunden zum Beispiel, Systeme bauen, die funktionieren. Das ist mehr mein Bruder. Mehr so im spielerischen Systeme, Automatisierung, optimieren, testen. Bin ich voll mit dabei, aber die Energie ist da bei ihm. Also nicht aber, und die Energie ist bei ihm. Aber die Glück teilen ist mit drin, definitiv. Und das ist ein wichtiger Bestandteil, der ins ganze Unternehmen mit reingeht, dass wir auch mit dem Team versuchen, genau das zu leben. Auch wenn die nicht zwingend diese Worte nutzen würden, ist völlig klar. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer, wir müssen das nämlich, das muss in Einklang stehen mit dem, was unser Unternehmen tut. Weil sonst, man kann ja nicht, man hat ja nicht zwei Leben, man sagt, da mache ich das und da mache ich jenes. Das funktioniert nicht. Sondern Unternehmer, die sich damit beschäftigt haben, mit denen ich gesprochen habe, da ist das ein und dasselbe. Das muss irgendwie zu einer stimmigen Handschrift werden, weil ansonsten fühlt es sich ja auch falsch an. Wenn ich für mich definiert habe, ich bin auf dieser Welt, weil ich das und das erreichen, machen möchte, also warum, dann, und ich verbringe aber acht Stunden am Tag, fünf, sechs, sieben Tage die Woche mit etwas, was dem nicht ganz konform wird, was sich nicht stimmig hat, dann bin ich ja immer in so einem Spannungsverhältnis. Und das kann nicht gut sein auf Dauer. Dann ist eine Unzufriedenheit, die wird dann immer größer. Und dann hast du genau dieses Gefühl, wie du hast du in dem ICE gesessen hast, auf Dauer. Läuft die Gefahr, ja. Genau. Ich, mein, warum mal, kann ich auch mal kurz erzählen, die Geschichte ist jetzt, da habe ich auch viele Irrungen und Wirrungen hinter mir, dass ich dann über, bin ja von einem unternehmerischen Abenteuer ins nächste gestolpert, bis ich mich dann gefragt habe, was, wieso passiert dir das und sowas. Und ich bin dann drauf gekommen, mein Leitspruch ist ja Unternehmer sein, ist der sinnvollste Spaß der Welt. Und weil ich fest eine Überzeugung bin, dass wir mehr Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen. Und genau dafür stehe ich. Ich glaube, jeder ist ein Unternehmer. Und das heißt, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Geschäft oder sowas zu tun. Und ja, und die will ich fördern. Und ich merke, genau da ist nämlich auch meine Energie. Und wenn ich jetzt sehe, die Unternehmen, die ich habe oder die ich auch verkauft habe und so, dass das mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat, mit den Leuten zu arbeiten und die da zu Unternehmern zu machen. Wenn das der sinnvollste Spaß der Welt ist, warum bist du nicht ein totaler Multi-Unternehmer, der den vollen Fokus dort reinlegt, also in seinen Unternehmen? Wo kommt diese Kraft her, dass du Menschen ins Unternehmer fördern willst oder wenn sie im Unternehmen sind, mit denen arbeiten möchtest? Weil theoretisch könnten wir auch sagen, okay, wenn dieses Unternehmertum so viel Spaß macht und so sinnvoll ist, dann baue ich mir halt ein Unternehmen neben dem anderen und mache ganz viele sinnvolle Spaßsachen. Absolut. Das ist ja so ein Zwitter, was ich da mache. Ich mache es auf der einen Seite. Ich habe ja noch vier Unternehmen. Aber das geht auch nur begrenzt, weil jedes Unternehmen, weil du sagst ja gründen, hast ja eben richtig gesagt, das ist Stress. Das habe ich auch am Anfang, oder nicht am Anfang, als ich jetzt die letzten zwei Unternehmen, die habe ich in einem Jahrestakt gegründet. Das war zu schnell hintereinander. Das hat mir wirklich richtig Stress gemacht. Nicht Stress von den Arbeitszeiten her, weil ich da ja selber gar nicht jetzt im Tagesgeschäft oder so drin bin, aber Stress von Sorgen, Stress von, dass ich mitgelitten habe mit meinen Mitgründern oder den Geschäftsführern da. Und das war natürlich auch finanzieller Stress, weil da muss natürlich finanziert werden, neu nach einem Jahr nochmal nachfinanzieren und sowas. Und das machen keine Banken, das muss man dann selber machen. Und da habe ich gesagt, das fahre ich so ein bisschen zurück. Ich werde sicherlich noch ein Unternehmen gründen in meinem Leben und sicherlich nicht nur eins, weil mir das auch echt Spaß macht, nur nicht mehr in der Frequenz. Aber wenn ich mit Unternehmern und Unternehmerinnen zusammenarbeite, in meinen Coachings, in meinen Workshops und sowas, das ist natürlich auch toll. Und ich glaube, das funktioniert zur Zeit ganz gut, dieses Beides sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Art Hebel für dich auch ist, weil du diesen sinnvollen Spaß halt nicht nur in diesen einzelnen Sachen auslebst, sondern du eine Art Hebelwirkung erzeugen kannst, indem du die Menschen erreichst. Und zwar mehr, als du Unternehmen gründen kannst. Das ist sowieso mein großes Ziel, meine Vision. Wenn wir nochmal die Vision, dass das sagen, das ist mein Warum, mein Why. Und dann ist ja meine Vision, sind ja 100.000 Unternehmern, möchte ich geholfen haben. Und so viele Unternehmen werde ich beim Unternehmen nicht mehr gründen. Und so viel können auch nicht meine Workshops besuchen und so. Da zählen natürlich Buchverkäufe mit rein und Newsletter-Abonnenten und sowas. Was haben wir da schon mit? Wir haben da ein bisschen gefuscht quasi. Aber ich möchte 100.000 erreichen. Denen da helfen, genau. Cool. Ja. Ich habe da mal rausgesucht, so als Beispiel mal. Was muss ich jetzt mal ablesen? Also Tesla. Tesla hat auch ein Warum. Ist das jetzt ein gutes Beispiel oder ein schlechtes? Das weiß ich nicht. Vom Warum ist es auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Auch wenn Tesla sicherlich sehr in der Kritik steht, aufgrund ihres Gründers. Tesla hat to accelerate the world's transition to sustainable energy. Würde mich natürlich jetzt auch das Why von dem Gründer halt dann interessieren. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ob Elon Musk das irgendwann mal transportiert hat, worum es ihm geht im Leben, warum er auf der Welt ist. Aber das wäre natürlich spannend, dann zu gucken, gerade bei den verschiedenen Projekten, die er hat. Die sind ja sehr zukunftsfortschrittlich. Also irgendwas mit zukünftiger Technologie und Räume erweitern, möchte ich mal sagen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da was ist. Aber das ist natürlich sehr spannend, so dieses persönliche Why und das übergreifende Why eines Unternehmens, wo man natürlich auch den Mitarbeiter A für finden muss, aber B natürlich auch alle irgendwie abholen muss mit der Energie. Da muss es einen Link geben, aber ich glaube, dass wenige Unternehmen nur das Why des Gründers quasi abbilden können. Ja, und dadurch, dass er ja so unterschiedliche Dinge macht, also Tesla ist irgendwo noch klar, kann man super, kann man nachvollziehen, wird auch Leute, glaube ich, inspirieren, ist ja die Frage, wenn du dann noch auf den Mond fährst, dann dieses Tube-Ding da baust, dann dieses Satellitenteil, was er da gemacht hat, oder da ist er auch noch dran, dieses Satellitennetz. Und du dann noch ein bisschen Twitter einkaufst. Twitter kaufst, genau, das ist ja die Frage, was da das Warum ist. Ich finde aber auch interessant, dass manche bekannte Unternehmen auch nur noch ein Wort haben. Starbucks hat als Why Zwischenraum. Oha, ja, aber kann nicht andocken. Ja, kann man auch. Zwischenraum, der Coffee Break, also so der Raum zwischen zwei Sachen. Zwischen Büro und Zuhause ist das der Zwischenraum. Ja. So ist die Idee dahinter, weil sie gesagt haben, man hat sein Büro, man hat sein Zuhause, aber wir sind der Zwischenraum. Ja, in meinem Kopf ging es sogar noch weiter, zu sagen, okay, Zwischenraum ist immer zwischen zwei Situationen, vielleicht noch für einen Kaffee in einer schönen, gemütlichen Atmosphäre. Also diesen Zwischenraum schön zu gestalten, so in der Richtung. Ja, cool. Ja, Walmart, ich meine, ist ja so der erste Discounter weltweit gewesen. Und die haben Robin Hood, ist deren Why. Mhm. Weil sie haben ja, kann man jetzt natürlich in der heutigen Zeit, ist jetzt die Frage, dieser Oberkonsum, wo solche Firmen garantiert auch ein Stück weit natürlich zu beigetragen haben. Aber es war ja immer so, dass der Gründer, dass der ja wirklich hier ärmeren Leuten oder ärmeren Menschen in Amerika, die nicht so viel Geld haben, auch etwas Luxus erlauben wollte. Dinge für alle bezahlbar machen. Dinge für alle bezahlbar machen. Genau, das war ja so Robin Hood. Genau. Und ich weiß nicht, ob die den jetzt noch so leben da, keine Ahnung, der ist ja auch schon länger gestorben, der Gründer. Aber das fand ich auch ein tolles Why, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen wirklich, dass sich auch Menschen mit weniger Geld auch Dinge leisten können. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, wenn das nah an seinem persönlichen Why ist, dass das ein sehr starker Antrieb ist, um diese Strategie am Ende auch so konsequent durchzuziehen. Ja. Und dass dann so ein Riesentanker dann irgendwann dem vielleicht auch etwas untreu wird, ich möchte jetzt nichts unterstellen, ich weiß nicht viel über sie, aber könnte ich mir vorstellen, dass dann einfach erst recht, wenn dann der Gründer irgendwann ausscheidet, verstirbt oder was auch immer, dass das dann ein bisschen verwässert und dann nur noch an der Wand steht. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass das passiert, ja. Aber er für sich ist dann vielleicht aus dem Leben geschehen, hat gesagt, ja, ich habe für diejenigen, die in meinen Worten nicht ganz so viel Glück hatten, also sprich ärmer waren und Co., ich habe für die was gemacht, ich habe die was aufgebaut, dass die... Und das Tolle ist auch dann die Geschichten, auch in seiner Biografie, die man da liest, dass er ja dann auch, natürlich hat er durch seine Marktmacht hinterher wahnsinnig günstig einkaufen können und so, aber es war immer so, dass nicht dann geguckt wurde, was können wir verlangen für das Produkt, was wäre immer noch günstig, wenn wir das so und so viel verkaufen. Er bringt da ein Beispiel mit Damenunterwäsche, das hätten wir so viel verkaufen können. Nein, wir haben gesagt, wir schlagen immer nur das drauf, mehr machen wir nicht, das reicht uns und deshalb wir versuchen es so günstig wie möglich. Und das war in der DNA. Und damit wird die Strategie leichter. Oder ich sage mal, die konsequente Einhaltung einer zuvor auf dem Papier erdachten Strategie. Weil das nicht mehr nur einfach ein Ding auf dem Papier ist, sondern man kann daran anknüpfen, man kann damit argumentieren, in so Strategierunden mit den Führungskräften und so weiter. Nein, guck mal hier, da steht es doch. Und wenn wir das so machen, müssen wir die Entscheidung dann so machen. Und so wirst du vielleicht weniger zu so einem diffusen Bauchladen, total diversifiziert, hier eine Chance und da eine Chance, sondern du hast so einen Referenzpunkt. Und das gilt übrigens auch, finde ich, für das normale, nicht unternehmerische Leben des Einzelnen, der seine Entscheidung im Leben, egal in welche Richtung es geht, von wo will ich leben, will ich ein Haus besitzen, will ich ein Haus mieten, Stadt oder Land, will ich Kinder oder welche Entscheidungen im Leben halt anstehen. Mit diesem Why kann man das zumindest nochmal hinterfragen und gucken, ist das dem konform oder widerspreche ich dem durch die Entscheidung. Großes Auto, kleine Auto und so weiter und so fort. Absolut. Jetzt war das schon genau die richtige Ausfahrt, die wir da gerade genommen haben, weil mich jetzt interessiert, warum beschäftigen wir uns denn heute überhaupt damit? Weil ich könnte mir vorstellen, deine Eltern, also so war es zumindest bei meinen Eltern, die haben sich da keine Gedanken drüber gemacht. Ich meine, das war wirklich nur, man hat gearbeitet, um Geld zu verdienen, das Unternehmen, mein Vater war auch Unternehmer, der hat ein Unternehmen gehabt, das musste Geld verdienen, da war nichts mit warum oder warum ist das heute so wichtig? Ich kann eigentlich nur aus dem Bauch sagen, es fühlt sich für mich einfach stimmig an. Also vorher war es vielleicht vielen nicht bewusst. Wir kommen ja, also unsere Großeltern oder Elterngeneration so Richtung Zweiter Weltkrieg, Aufbaufase und so, die hatten ja andere Themen, die hatten andere Nöte in der Zeit und wenn wir noch länger in der Vergangenheit zurückgucken, dann glaube ich, war das Leben auch schwierig genug, dass man immer wieder große Herausforderungen hatte und jetzt sind wir doch auf einem Niveau, wo viele dieser Grundbedürfnisse, für die unsere Vorfahren kämpfen mussten, sich relativ sicher anfühlen oder zumindest anfühlten, bis vielleicht für einige dann Corona und der Krieg in der Ukraine spürbar wurde in unseren Breitengraden und ich glaube, wenn wir davon ausgehen, dass wir grundsätzlich schon auf so einem hohen Niveau unterwegs sind und wir trotzdem eine Unzufriedenheit spüren, durch den Konsum noch dazu, wir versuchen ja Glück zu kriegen, indem wir konsumieren und dann merken, okay, ich habe mir gerade das Neueste von dem Neuesten gekauft, das fühlt sich zwei Wochen dann richtig cool an, ich werde bewundert von anderen und dann wird es irgendwie normal und langweilig und deswegen fühlt es sich für mich zumindest so an, dass man irgendwann, wenn man den richtigen Hinweis kriegt in diese Richtung, darauf aufmerksam wird, ach guck mal, da ist was. Vielleicht muss auch nicht jeder dort andocken, jemand anderes kriegt den Tipp und fährt quasi mit geschlossenen Augen dran vorbei, weil das nicht sein Thema ist, sich nicht richtig anfühlt. Für mich, ich kann die Frage nicht anders beantworten, wie das war für mich ein entscheidender Schritt und mir irgendwie mehr Klarheit und auch mehr Zufriedenheit und dann auch Sinn im Leben. Das wünschen wir uns ja auch. Ich glaube, dass das einen Teil dazu beigetragen hat, trotz aller Unsicherheiten und dass das Why noch weiter reifen muss und man sich hinterfragt, bist du jetzt eigentlich Why-konform oder trittst du es nicht gerade mit Füßen oder hast du es nicht gestern mit Füßen getreten? Also all das ist ja weiter da. Ja, das ist so mein Versuch. Wie würdest du das denn beantworten? Ja, ich glaube auch, das hat viel damit zu tun, dass wir so die Grundbedürfnisse, dass die befriedigt sind. Wenn du dir darüber Gedanken machen musst, was du heute Abend isst, dann fragst du dich auch nicht warum, sondern dann ist klar, dass du dich darum kümmerst oder wenn du krank bist oder dein Kind krank ist und du hast keine Gesundheitsversorgung und so, dann machst du dir über andere Dinge Gedanken. Aber ich glaube, dass genau das ist, was die Leute irgendwie durch dieses Überfluss, den wir haben und so, dass das so ein inneres Bedürfnis in uns ist. Das ist so ein innerer Stachel, den wir haben und der uns antreibt und wo wir merken, ja, da ist noch mehr als Konsum, da ist mehr als, was wir jetzt alles schon besitzen. Das kann nicht alles sein. Und ich habe das Gefühl, das wird bei immer mehr Leuten, gerade bei jüngeren Leuten, immer wichtiger. Und ich habe da mal auch eine Studie zugefunden, fällt mir gerade ein. Das ist ganz interessant, dass 48 Prozent der Mitarbeitenden kennen den Zweck des eigenen Unternehmens nicht. Wie viel Prozent der Unternehmer können den noch nicht mal benennen? Ja, und ich überlege gerade, das ist eine Gallup-Studie, das muss aus den USA sein. Also, das wird ja wahrscheinlich nicht in Deutschland sein. Also, Gallup macht ja genau solche Studien. Die machen die ja hauptsächlich in Amerika. Ich glaube, da ist es sogar noch ein bisschen verbreiteter als hier, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn wir hier sagen, 50 Prozent, das fände ich auch viel. Jetzt aus dem Bauch raus. Ich weiß gar nicht, was ich mit der Zahl gerade anfange. Ehrlich gesagt, es arbeitet in mir. Du hast es mir vorher nicht erzählt. Deswegen nehme ich sie gerade genauso auf wie andere. Dass die Mitarbeiter das nicht wiedergeben können, weil der Unternehmer sich damit vielleicht auch noch gar nicht so richtig beschäftigt hat. Kann ich mir vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele mit dem Zweck, vielleicht muss es auch gar nicht kommuniziert sein, aber dass manche, also ich meine jetzt mal, es gibt ja Branchen, da muss man gar nicht viel über den Zweck reden. Also, wenn wir jetzt über Ärzte reden, wenn ich im Krankenhaus arbeite, wenn ich in der Altenpflege arbeite. Ich glaube, das ergibt sich einfach. Da ist klar, welchen Zweck ich habe und welchen Sinn meine Arbeit macht. Es geht ja eher so um diese zweckentleerten Tätigkeiten, wo man sich das eher dann fragen könnte. Selbst in den Branchen, glaube ich, kann es Unterscheidungen geben, was dem Unternehmer und damit dem Team wichtig ist. Ja, natürlich. Also man kann es ja global sagen, Eltern den Menschen helfen oder einfach nur helfen. Oder aber auch zum Beispiel ganz gezielt Vereinsamung vermeiden. Also das vielleicht aus der eigenen Historie heraus, weil man gesehen hat, wie die eigene Oma vereinsamt ist oder ähnliches, ist, dass da jemand sagt, okay, das ist ein wichtiges Thema für mich und deswegen gehe ich dort rein mit dem Fokus auf Vereinsamung. Das heißt, andere Sachen rücken vielleicht etwas mehr in den Hintergrund. Ich bespiele sie mit, weiß ich nicht, Demenzvermeidung oder was auch immer. Aber für mich ist das Thema Vereinsamung das zentrale Thema. Und das wiederum kann sich dann auch wieder auf die Vision, keine einsamen Menschen mehr oder sowas in Deutschland und auf die Unternehmensstrategie mit einer Konsequenz und so weiter und auf das Team natürlich auswirken. Also selbst in den Branchen würde ich sogar sagen, lohnt es sich tiefer reinzugehen, weil helfen, ja, ist aber fast schon zu easy. Da kann noch mehr Energie entstehen, wenn man noch tiefer reingeht. Absolut. Ich glaube nur, dass Menschen, die sich für so einen Beruf entscheiden oder für so eine Karriere in diesem Bereich, sich grundsätzlich schon darüber mehr Gedanken gemacht haben als jetzt jemand, der in die Unternehmensberatung oder als Banker oder so arbeitet. Ohne, dass ich da jetzt natürlich den Leuten irgendwie zu nahe treten will. Ganz interessant in der Studie übrigens, das wollte ich eigentlich erzählen, also 48 Prozent, genau, was machen wir mit der Zahl? Schwierig. Wir haben sie jetzt einfach mal. Aber ganz interessant fand ich, fürcht das die Leistung der einzelnen Mitarbeiter als Klimabesuch? Nein. Für die, die nur zuhören, hier kommt ein Hund um die Ecke. Die ist normalerweise hier nicht. Also die Leute, die Mitarbeiter, die ihren Zweck kennen, dass die 40 Prozent mehr Leistung bringen, wenn der Zweck das Herz erobert. Das ist auch cool formuliert. Mhm. Ja. Der Zweck das Herz erobert. Das sagt eigentlich schon alles. Ja. Da kann man eigentlich einen Punkt hinter machen. Ja, eigentlich hätten wir das auch am Anfang sagen können, als wir über die Definition, hätten wir auch sagen können, Zweck muss auch das Herz erobern. Ja, gefällt mir total gut. Ja, finde ich auch. Und 40 Prozent mehr Leistung, das hört sich dann so nach messbar und irgendwas an. Ich weiß nicht, woran die das jetzt gemessen haben. Aber es zeigt einfach, dass die Leute mit Begeisterung da sind, wenn sie merken, sie machen eine sinnstiftende Arbeit. Ja. Und ich glaube, das eine oder andere definiert sich dann auch selber, wie sich das Team zusammenstellt. Also gehen die mit all dem, das ist eine Gemengelage aus Zweck, warum und den Values oder Werten. Also wie ticken wir, wäre vielleicht so die einfachste Übersetzung. Aus dem entsteht ja so ein Gesamtkonglomerat, wo es sich lohnt, wenn der Unternehmer und das Team sich Gedanken dazu gemacht haben, wofür stehen wir eigentlich, was ist dieses Gesamtding. Und dann wird man auch, denke ich, relativ leicht sehen, wie sich die einen noch stärker engagieren, weil sie damit so mitgehen und andere dann abwandern und sagen, okay, das ist nicht mehr oder war noch nie so ganz mein Zuhause. Und jetzt, wo es so deutlich irgendwie sichtbar ist, wie die ticken, schaue ich mich mal um, was es sonst noch so gibt. Und dann wird natürlich das ganze Team auch performanter dadurch. Da entsteht eine Dynamik. Klar, da entsteht eine totale Dynamik, weil man das ja wirklich dann auch mit vollem Herzen hat. Dazu fällt mir die schöne Geschichte ein, oder nicht eine Geschichte, aber einfach bei meinem Isotec-Betrieb. Also ich habe ja einen Isotec-Betrieb, viele Handwerker und ich habe immer von Anfang an Wert darauf gelegt, dass die wissen, warum wir das tun. Und da habe ich mich noch überhaupt nicht mit meinem Warum beschäftigt oder nicht mit irgendeinem Warum. Ich kannte das so gar nicht, aber ich habe immer gesagt, nee, ich möchte nicht, dass die morgens zur Arbeit kommen und sagen, ja, okay, wir dichten eine Wand ab. Ich meine, Isotec beschäftigt sich mit Kellerabdichtung im weitesten Sinne. Und das war mir immer total wichtig und ich habe von Anfang an immer bei jeder Sitzung gesagt, warum machen wir das denn jetzt nochmal? Und dann haben wir dann darüber geredet und so. Und dann kam natürlich raus, klar, wir dichten Wände ab, das ist das, was wir tun, aber warum machen wir das? Ja, warum machen wir das? Wir sorgen für Werterhalt der Immobilien. Das ist eine Altersvorsorge für viele und natürlich für gesundes Wohnen. Und ich habe ja Mitarbeiter, die jetzt auch fast 20 Jahre bei mir sind und die haben das noch, die aus der Pistole geschossen, können die das alle sagen. Das ist so bei denen drin, die wissen, das ist das, wofür sie morgens aufstehen. Und das war ja jetzt noch nicht da, als dieser Hype kam mit, warum, da hat der Sinek noch sein Buch ja gar nicht geschrieben gehabt. Das war mir irgendwie immer wichtig, dass sie morgens wirklich wissen, Spaß haben und zur Arbeit kommen und sagen, nee, wir arbeiten jetzt nicht, damit der Chef ein dickes Auto fährt oder keine Ahnung oder damit ich mir irgendwas leisten kann, sondern nee, wir helfen den Menschen bei der Wetterhalt ihrer Immobilie und dass sie da gesund drin leben können. Ja, finde ich sehr cool. Also das Ganze kann ja durchaus auch sogar transportiert werden durch die Entscheidungen, die getroffen werden, dass da so eine Art inoffizielles Konstrukt entsteht, dass das Team auch spürt. Das haben wir bei uns gemerkt. Wir sind im Rahmen dieses Unternehmenskontexts, Values Purpose, reingegangen und haben geguckt. Da haben das natürlich dann auch, was wir uns erarbeitet haben, mit dem Team geteilt, sind in die Diskussion gegangen und haben auch aus unserer Historie erzählt, wie wir auf diese Punkte kamen, so mit Anekdoten und haben auch dem Team, das Team aufgefordert, eigene Anekdoten reinzubringen, zu erzählen und ob es sich stimmig anfühlt und so weiter und haben da so einen Workshop-Vormittag draus gemacht und haben gemerkt, dass das, auch wenn die andere Worte nutzen würden und mit Glück teilen, konnten sie sich nicht alle so identifizieren, aber mit der Grundidee zum Beispiel Impulse geben und beispielsweise das Marketing so aufzubauen, weil wir sowieso Impulse geben und auch, dass wir respektvoll miteinander umgehen wollen, das ist ein Teil unserer Values, dass das für die völlig klar ist, aufgrund der Art, wie zum Beispiel meine Eltern jahrelang geführt haben und wie jetzt die nächste Generation die Führung weiter vorantreibt und wie auch im Team Entscheidungen begründet werden und Co., dass sie gesagt haben, ja, cool, dass ihr uns das so erzählt habt, aber irgendwie, also neu ist es nicht, aber wir haben es noch nie so auf den Punkt gebracht und irgendwo halt in Text verwandelt und trotzdem war es spürbar und in der Reflexion haben wir auch gemerkt, dass diejenigen, die unser Unternehmen verlassen haben, an bestimmten Stellen im Zweifelsfall nicht damit konform gingen und das konnten wir sehr gut im Team dann auch spüren. Das sind ja die Core Values, von denen du sprichst, das ist ja genau das, was man im Unternehmen ja auch entdeckt, das sagt der Hanisch, der sagt ja, man entdeckt die Core Values oder Prinzipien auf Deutsch und nicht, man kann sie sich definieren, das funktioniert nicht. Aber das ist immer ein anderes Thema, wir sind ja beim Warum. Jetzt haben wir schon lang drüber gesprochen, was gibt es, wie du drauf gekommen bist, wie ich drauf gekommen bin, ja, wie findet man sein Warum? Ich glaube, wir haben es eben schon angedeutet, so ein bisschen, ja. Man findet es in sich selber, das ist schon mal, glaube ich, das Wichtigste, man kann nicht andere fragen. Man kann aber andere um Unterstützung bitten, also das ist etwas, ein Buch von Simon Sinek, Finde dein Warum, das ist der Nachfolger von dem Start with Why, beziehungsweise Frag immer erst Warum, ist der deutsche Titel von dem Ursprungsbuch und dann ist es so eine Art Workbook, Finde dein Warum, da ist es ganz gut geschrieben und mit dieser Anleitung habe ich im Nachgang es nochmal mit Unternehmerfreunden tatsächlich gemacht, dass wir einfach haben, den Protagonisten erzählen lassen, seine Höhen und Tiefen, also so eine Art Lebenslinie mit all den Höhen und Tiefen und dort mal zu beschreiben, er hat selber ausgewählt, was aus seinem Leben er erzählt, die Höhen und was er gedacht hat, wie er entschieden hat und so weiter und der oder die Zuhörer hören sich das an und erkennen typischerweise bestimmte Muster, so wiederkehrende Muster, die dem Erzählenden gar nicht aufgefallen sind. Guck mal, in der Situation hast du das und das gemacht und du hast folgende Wortwahl gehabt und fünf Jahre später hast du ihn beschrieben, hast du das und das gemacht und wieder so eine ähnliche Wortwahl und damit will ich erstmal, also die konkrete Anleitung ist in dem Buch zu finden oder wahrscheinlich auch in deinem Workshop. Damit möchte ich nur sagen, in der eigenen Historie, in der Art, wie ich in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen habe, werden Muster erkennbar, die vielleicht mit durch die Augen Dritter sichtbar werden, um zu merken, da ist die Energie. Ich habe mich so entschieden, weil etwas nicht stimmig war oder weil es besonders anziehend war und darüber, glaube ich, kann man dem näher kommen. Das ist eine sehr persönliche Herangehensweise. Also ich bin jetzt wirklich bei dem Why der Person. Genau, super. Genau über in der Vergangenheit gucken, wo hatte man besonders viel Freude, welche Arbeit hat einem Spaß gemacht, welche Entscheidungen hat man getroffen und es gibt ja auch die fünf Why-Fragen, einfach, dass man sich jetzt für das Unternehmen zum Beispiel, wenn man das im Unternehmen, ich rate auch jedem Unternehmer, das mit seinem Unternehmen zu machen, also dass man das nicht als Unternehmer für sich alleine macht, kann man machen, für sein persönliches Why, aber wenn man das für das Unternehmen festlegen möchte, dass man es unbedingt mit seinem Team macht und da ist es gut, einfach die fünf Warum-Fragen zu stellen, also die fünf Why, einfach mal zu sagen, was machen wir, um Geld zu verdienen. Das steht ganz oben. Und dann kann man fragen, warum tun wir das? Und das aber warum, das fragt man sich fünfmal. Und irgendwann kommt man dann irgendwann da unten an als Team und ich habe das schon mit mehreren Unternehmen gemacht, wo Unternehmer mich gebeten haben, komm, moderier das mal bei uns. Und irgendwann kommt man da unten an, so kurz vor, ich rette die Welt oder wir retten die Welt. Viele halten da noch ein bisschen Abstand, weil das ist zu viel für die. Also man kann ja jedes irgendwie wahnsinnig groß reden, aber so auf seinem Level da unten ankommt, kurz vor, ich rette die Welt und da gibt es in jedem Unternehmen was, da bin ich mehr, oder so gut wie in jedem Unternehmen. Und das ist im Team eine ganz tolle Übung. Dass man das und diese persönliche Übung, diese eigene Reise beschreiben und sowas auch, das sind auch sehr wertvolle Momente, die man da hat. Und da die Ursprungsenergie des Gründers, sofern es jetzt nicht ein jahrhundertealtes Unternehmen ist, die noch mit zusätzlich reinzunehmen. Also einerseits aus dem Team heraus, warum machen wir das zu erarbeiten und gleichzeitig mal zu gucken in der Historie, warum ist dieses Unternehmen entstanden? Aus welchem Motiv? Stichwort Discount, Walmart, Robin Hood. Zu sagen, okay, obwohl das jetzt heute ein größerer Tanker ist, ursprünglich war da die Energie und irgendwas von dieser Energie wird da noch mitschwingen und wird noch, selbst wenn es heute nicht mehr ein zu ein so gelebt würde in den großen Tanker. Ich glaube, das darf man dann auch nicht außen vor lassen. Und das hat wiederum was mit der Vita, dem persönlichen Empfinden, dem persönlichen Erleben des Ursprungsinitiators zu tun oder in unserem Fall jetzt unserer Familiengeschichte und dass wir da reingegangen sind, geguckt haben, okay, wie haben wir in unseren vier Leben in dem Fall unsere Entscheidungen getroffen und sind dann zu etwas gekommen, was dann irgendwie lebbar war. Dann mit den fünf Warum-Fragen, da kommt man, glaube ich, zu einem ganz guten Gesamtkonstrukt, das sich mit der Zeit stimmig anfühlt. Aber es muss auch reifen, das müssen wir vielleicht auch nochmal deutlich sagen. Absolut. Finde ich, also zwei Dinge genau, ganz wichtig, erstmal die Bücher lesen, das finde ich gut, also hier Start with Why, also frag immer erst warum, ist natürlich das erste Buch, was man lesen sollte, dass man erst mal begreift, wie wichtig das ist, das beschreibt der Szenik, finde ich, grandios, ist ja eh ein toller Vordenker und hier der Zweck der Existenz, also die Big Five for Life. Das kann man auf jeden Fall empfehlen, als Lektüre sich mal mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen und dann, wie du sagst, brauchst du Zeit. Also bei mir, das hat keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ich am Ende bin. Nö. Ich bin mir sicher, dass ich es nicht bin. Okay. Du bist ja auch noch jünger als ich. Du darfst das auch machen. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, seit wann beschäftigst du dich mit der Frage? So lange noch nicht. Fünf, sechs Jahre. Ja, da sind wir ähnlich, nur dass du mehr Leben in die Waagschale werfen kannst. Genau. Und dadurch vielleicht da noch ein klares Bild über die Zeit gewonnen hast. Das kann ich mir vorstellen. Ich für mich kann sagen, ich habe jetzt gerade diesen Winter wieder gemerkt, weil ich gemerkt habe, okay, dieses Glückteilen war noch nicht 100% stimmig in dem, was ich getan habe. Also Glückteilen ist so breit. Ich habe gedacht, nee, ich laufe nicht durchs Leben, bin an jeder Ecke, dass ich mein Glück teile. Also beispielsweise dem Bettler immer ein Eurostück reingebe und der Kassiererin immer, egal in welcher Situation, ich bin ein Lächeln schenken und so. Das wäre jetzt meine Erwartung von Glückteilen. Habe ich gedacht, dem wirst du nicht konformen, weil ich gerne auch mal mit Spitzen, mit Spitzen, meistens spielerisch, neckerisch gegen Leute mal so ein bisschen sie provoziere oder ähnliches. Und das passt nicht zu Glückteilen. Und da bin ich tiefer reingegangen, habe gedacht, das kam auch wieder durch Bücher im ansatzweise buddhistischen Kontext, unternehmerisch bis buddhistisch, so die Gemengelage. Und irgendwann poppte es bei mir so auf, Moment, dieses Impulse geben, dieses ich lerne, das ist ein wichtiges Ding für mich, ich will immer Weiterbildungen machen und so, ich habe da wahnsinnig viel Spaß. Und das ist auch ein Glück, dass ich das kann, dass ich es darf und dass ich es mir leisten kann. Und dann zum Beispiel in Gesprächen oder in Podcast-Gesprächen oder im YouTube oder in Webinaren oder welche Weise auch immer, habe ich die Chance, das, was ich gelernt habe oder was ich irgendwo erfahren habe, anderen wieder mitzugeben als Impuls, für die es so ein augenöffnender Moment ist. Und das ist das, was mir dann die Energie gibt. Also, lange oder kurzer Sinn, ich habe erst diesen Winter es geschafft, für mich zu präzisieren, dass Glück teilen durchaus auch in Benefizveranstaltungen und ehrenamtliches Engagement bedeutet, aber der Kern da, wo viel Kraft liegt, im Impulse aufnehmen und weitergeben, in Reindenken in die Situation von Menschen, dass das eigentlich der zentrale Punkt von meinem persönlichen Glück teilen ist. Und da habe ich wieder ein paar Meter gemacht, acht Jahre nach dem ersten Buch in diese Richtung. Und deswegen sage ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da durch die Lebensgeschichte, dass da noch ein bisschen, vielleicht bleibt es dieser Satz, diese vier Wörter, vielleicht bleibt es, aber da auf der Ebene darunter, was verbinde ich mit diesen? Ich glaube, da ist noch viel möglich. Und vielleicht verändern sich auch die Worte noch. Mal gucken. Absolut. Also will ich bei mir auch nicht ausschließen, wobei das fühlt sich bei mir zur Zeit relativ gut an, muss ich sagen. Und ja, ich bin da, das ist ja auch ein Warum, warum ich hier diesen Podcast mache oder dieses Video, das hat ja, zahlt ja auch auf mein Warum ein. Kann ich genauso bestätigen. Ja, ist ja auch bei dir so. Ist ja auch bei dir so, zahlt ja auch drauf ein, dass ich Menschen dazu ermutigen möchte, Unternehmer zu sein, aber auch Unternehmerinnen, Unternehmern dabei helfen möchte, weiter gute Unternehmer zu sein. oder bessere zu werden. Genau. Und an der Stelle wird für mich dann auch zum Beispiel dieses Impulse geben, Glück teilen, mit dem Unternehmertum im Sinne, in meinem Kontext jetzt Franchise, als Franchise-Nehmer sich selbstständig machen. An der Stelle wurde es stimmig. Und dann wusste ich, ah okay, im Franchise können Menschen ihr Leben selbst gestalten, selbst in die Hand nehmen. Nicht alle, nicht für alle ist das der richtige Weg, aber für die, die es der richtige Weg ist, kann ich mit meinen Impulsen im Online-Kontext, über unser Portal, über Podcast und YouTube, kann ich versuchen, dort positiv Einfluss zu nehmen. Und sehr gerne natürlich auch im Sparing, mit Unternehmern, die ich bei Strategiefragen begleite. Auch da, das sind Impulse, ich denke mich rein und dann ist es stimmig. Und so habe ich eine Gemengelage abseits der ursprünglichen Sport- und Fitnesswelt für mich gefunden, die sich stimmig anfühlt im Moment. Schön. Das wünschen wir uns doch alle und das wünsche ich auch euch hier, meinen Zuschauern, Zuschauerinnen, Hörer, Hörerinnen, dass ihr das auch findet. Wenn ihr da Fragen zu habt, könnt ihr dann nach wie vor mir immer E-Mails schreiben, fraglarz-at-larz-bobach.de, einen Workshop besuchen. Ich habe ja mein neuer Workshop Finde Dein Warum. Geht ja genau in diese Richtung, dass man da sein persönliches Warum findet. Kleiner Workshop, kleine Gruppe. Genau das, was du beschrieben hast, wird da nämlich auch gemacht, angeleitet von mir. Also wer daran Interesse hat, dem kann ich das nur empfehlen. Für das Unternehmerkontext gibt es natürlich da das Business Cockpit. Das ist ja mein großer Workshop, der eine ganze Woche geht, wo wir uns auch da im Unternehmerbereich dann darüber, aber nicht persönlich, also im Unternehmerbereich dann da mit beschäftigen. Ich glaube, dass so ein Workshop wirklich eine richtig coole Startrampe sein kann. Da wird nicht das definitive Ergebnis dann für immer und ewig wahrscheinlich rauskommen. Aber es ist so wirklich mal ein Wochenende vermute ich mal oder zwei Tage richtig Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen, Impulse aufnehmen von den anderen. Da kommen ja auch neue Gedanken. Das ist ganz wichtig, ja. Und dann entsteht da eine gewisse Klarheit, mit der man weiterlaufen kann. Und ich glaube, ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn ich mir nicht, also ich hätte auch wahrscheinlich das Tempo oder die Zeit verkürzt, bis mehr Klarheit gekommen ist, wenn ich sowas genutzt hätte und es mir nicht so bruchstückhaft selber irgendwie hätte erarbeiten müssen. Geht mir auch so. Und ich merke auch bei vielen, gerade auch in meinem Navi fürs Leben Workshop, wo dann so eine Orientierungslosigkeit dann teilweise ist, wo ich merke, es fehlt das Warum. Mein Navi fürs Leben Workshop ist gut. Wir gehen auf 30.000 Fuß Flughöhe, legen unsere Lebensbereiche da, überlegen uns dann Dinge. Aber wenn das Warum nicht klar ist oder ich sage mal so, mit dem Warum verändert sich das auch alles nochmal. Und ich hatte auch überlegt, das zusammenzupacken. Dann wäre der aber deutlich länger geworden. Dann dachte ich, ja, das ist dann auch immer so eine Hürde, wo dann, wenn einer sagt, eine ganze Woche weg. Dann habe ich gesagt, nee, dann teilen wir das. Und ich habe auch mich gefragt, macht man es vorher, macht man es nachher? Auch schwierig. Das ist, glaube ich, genau, das ist individuell und das ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, wichtig ist, dass man beides hat. Aber egal. Es ist, glaube ich, aber klar geworden, wie, also das möchte ich jetzt mal eine kleine Inspiration an euch. Überlegt euch mal, was euer Warum sein könnte. Was ist euer Zweck der Existenz? Überlegt euch mal, was tragt ihr dazu bei, dass das Leben hier auf Erden besser wird? Was wollt ihr hier für einen Fußabdruck hinterlassen? Positiv, sozial, spirituell? Und was trägt euer Unternehmen dazu bei? Und aufschreiben. Okay, das ist ganz klar. Nicht nur im Kopf. Also aufschreiben ist logisch. Aber gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Prima. Lieber Lars, vielen Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht. War super. Hat Spaß gemacht. Danke dir, lieber Steffen. Und danke auch euch fürs Zuschauen, Zuhören. Und ich wünsche euch und dir natürlich auch, lieber Steffen, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. 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 Musik. 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 Tschüss. Musik. 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 Schöne黑.